In diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, wie sich der Mi-Staubsaugerroboter an Treppen oder Abgründen verhält. Dazu habe ich ihn jetzt hier oben auf meine Galerie gesetzt und wie ihr seht ist auf der linken Seite gut zweieinhalb Meter Abgrund. Das macht er vollautomatisch. Ich musste hier keinerlei imaginäre Grenzen einziehen oder andere Vornehmungen treffen, damit er hier ohne Probleme saugen kann. Dazu starte ich das Ganze jetzt mal und hoffe, dass er auch direkt dort in die richtige Richtung fährt. Ich habe ihn jetzt gerade über die Handy-App angeschaltet, nur dass er euch nicht wundert. Also hier ist es jetzt gar nicht wunderschön. So, ich habe ihn jetzt noch nicht wunderschön. So, ich bin jetzt hier in der ganzen Reihe von Kabel. So, ich kenne mich jetzt irgendwie auge.» So, ich habe mir jetzt hier mal wieder pausiert, weil er mir nämlich gerade in meine eigene Quere kommt, aber man hat ganz schön gesehen, wie er am Rand entlang gesaugt hat und sich da selbstständig entlang getastet hat und da muss man keine Sorgen haben, dass er irgendwie abstürzt. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Vielen Dank!